Holer Leiter, Boxcrash wieder hier und das ist ein Tutorial, wie man sich ein eigenes Intro erstellt. Und ja, also mal, ich schätze gerade ein eigenes Intro. So nochmal, man wird eins von denen aus. Und wie gesagt, auf der Seite, Flix Press. Und ja, so sieht die Seite aus. Äh, hier sind schon die Tampons und so, das sind ein paar Intros. Ich will jetzt ein Intro, jetzt ein Intro, ich drück auf mein Register. Das hab ich euch schon sehen, das ist Optimum. Da kommt ein Titel, äh, der Titel, also ja, nein, da dauert noch ein, noch irgendwas. Seht ja, ganz schön und ja, ganz einfach. Ihr geht hier als erstes mal auf die Seite. Und dann geht ihr auf Register. Füllt alles aus. Ihr müsst eurem richtigen Ebenklass eingehen und hat eine mit dem ihr euch, äh, mit dem ihr bestätigen können, weil da muss man bestätigen. Ich wette mich jetzt an. Und ja. Und ja. Und da ist man schon. Hier sind verschiedene, das ist jetzt kein Intro, das ist eine so ne Hilfe. Ich will diese Cube Pop. Das spiel, das kostet 25 Euro, das ist auch. Man muss auf den Preis gucken, das kostet auch manche Geld. Guck mal diese Cube Pop an. Schön gemacht. Hier kostet 3 Euro. Nicht mal das da. Schön gemacht. Und ja, das ist auch geil. Und jetzt könnt ihr auch schon sehen, diese Schneewolke, das ist grad... Ja, Alex, der Leiter dieses... Box-Brasches. Und der hat Probleme, ein paar Videos zu machen und... Dann geht ihr jetzt oben bei Thought-By und ihr die altesten... Ich mach das jetzt jetzt erst. Ich mach das mal, nutz-of-text. Sag das mal, das so. Ich mach das mal, das so. Ich mach das mal. Ich mach das mal so. Das ist jetzt geil. Das sind schon ganz schöne, ganz coole, coole Sachen. Ganz coole, schöne. Und ja, das Lied, was ihr bei mir gesehen habt, ist genau das der Bookshuffle. Ihr geht, ihr geht raus und war. Weil, wie ist denn das Bild? Ah! Ihr geht, das ist krass. Seht ihr? Das war jetzt das Bild. Ihr geht jetzt erstmal raus, wo wir rauskommen. Hier geht ihr auf, äh, Customize. Ihr tut auch Agree. Und dann Customize. Ihr braucht auch ein Bild. Ich nehme an, das ist Crisis 3. Und dann noch einfach upload. Und dann wird ihr sehen, welche Bereiche das von jetzt macht. Und dann wird das mit der Flaschen. Und dann wird das so noch. Das ist ganz so. Blech. Das ist ganz so. Und wenn ihr, jetzt wenn ihr nur so nix drückt, dann einfach nur drauflegt. Und dann kommt es nicht. Dann wird das Bild. Und dann wird das Bild. Und dann wird das Bild. Und dann wird das Bild. Wenn, dann rein und dann rein und dann– hoff, ne , anf'. Und dann wird das Bild und dann teilen. Und dann brech, zwei, 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 zwei. Und dann weأن ich passt drauf und mach's jetzt. noch nicht ein und so alles guckt euch das an alle mögliche Anarchen der Schilder der Zeit ich muss es nicht alles zu schützen müssen weiter und so ja danach könnt ihr auf Dorn und Sd drücken aber auch nicht mal drücken auf die Mühle das jetzt originale Prozent 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 und und so könnte es am Anfang so könnte es auch bei euch aussehen ich hoffe ich habe euch geholfen ihr könnt mir mal einen Link mit eurem äh euren eigenen mit eurem eigenen Intröschig mit mir angucken und dann auch vielleicht doch kommentar hinterlassen soll es nicht mehr nur wenig mehr zu schauen und habe ich geholfen und ich habe den Kohlendro und ja eine Beschreibung stehen wird die Säden in der Beschreibung stehen und so alles und wenn ich dazu gehört wir sehen uns später bei einem neuen Video und tschüss